Pflege in der Anästhesie, das ist beides. Dasein für Patienten, sie beruhigen, zugleich zügig arbeiten, denn hier sind die Abläufe eng getappt. Im hochmodernen Vorbereitungs- und Aufwachbereich versorgt ihr viele Menschen gleichzeitig. Ihr seid dafür Patienten in 18 Operationen sehr. Entsprechend groß ist das Pflegeteam, mit mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen. Das Team der OP-Pflege bereitet die Operation vor. Jetzt zählen präzise Abläufe, schnelles Reagieren und die enge Zusammenarbeit mit den Operatoren. Hochkonzentriert sorgt ihr als Team dafür, dass alles optimal läuft. Nach der Narkose ist ein freundliches Gesicht so wichtig, wie die beruhigende Auskunft, dass alles gut gelaufen ist. Pflege, deine Leidenschaft.